Zuerst nehmen wir diesen Holzgriff ab. So kommen wir leichter an die später benötigten Schrauben. Es sind im Wesentlichen diese zwei, die wir öffnen müssen. Achtung, die kurze brauchen wir später an der gleichen Stelle wieder. Ich nehme den Niederhalter, der die Spandicke bestimmt, ab. Und ich öffne die Schraube, die den Messerhalter und das Messer hält. Das ist unser Messer. Das ist der alte Messerhalter. Ich setze den neuen Messerhalter ein. Das Messer hat drei Befestigungslöcher. Ich suche mir das passende aus. Das heißt, in der Regel ist es das mit der unbenutzten Schneide, mit der noch frischen Schneide. Ich ziehe dieses Schraube fest. Jetzt bleibt uns noch der Niederhalter. Den setze ich so ein, dass zwischen der Messerspitze und diesem Niederhalter etwa 1,5 mm Distanz sind. Ich nehme die kleine Schraube und schraube dieses Teil fest. transparente Schraube und schraube zu. Untertitelung des ZDF, 2020